Dann fragt der Nutzer Dasoara, was passiert, wenn man seinen Freunden eine Kryptowährung geliehen hat und man kommt es später wieder zurück? Gilt es als Trade? Nee, das ist kein Trade meines Erachtens. Ich leihe jemanden was, wenn ich jemandem ein Darlehen gebe. Wenn ich es wieder zurückbekomme, ist das kein Trade. Das ist ja wie ein Darlehen. Darlehen und Darlehen zurückzahlen ist ja eine Sache auf der Vermögensebene und nicht auf einer Einkunftsebene. Was anderes ist, wenn ich Zinsen bekommen würde dafür, klar, dann habe ich wieder die Einkunftsebene. Die muss ich dann versteuern, aber so das reine Leinen, nein.